Das Besondere an dem Job ist, dass man nicht nur den Leuten helfen kann, sondern dass man eine besondere Vielfalt hat. Wir haben Patienten, die leicht verletzt sind, wo man nur wenig Hilfe leisten muss. Patienten, die schwer verletzt sind, was wiederum in der Behandlung ein sehr gutes Team und ein Miteinanderarbeiten fordert, was sehr viel Spaß macht, weil man einfach Ärzte und Pflege und auch andere Berufsgruppen Hand in Hand arbeiten kann. Das hier ist unsere zentrale Notaufnahme. Neben Hightech-Medizin und spezialisierter Teamarbeit sind es die Augenblicke, die aus kleinen Geschichten große Momente machen, zum Beispiel indem wir den Patienten über den Arm streichen und ihm Zuversicht geben. Über 500 MitarbeiterInnen sind das Herz unserer Klinik in Lich. Viele davon haben bei uns auch ihre Ausbildung gemacht und sind dann geblieben. Wie zum Beispiel Herr Schäfer. Früher konnte ich keinen Tropfen Blut sehen. Jetzt bin ich Stationsleitung der Unfallchirurgischen Station 3. Angefangen habe ich als Zemindienstleistender. Über mein Praktikum, danach die Ausbildung, dann die Weiterbildung zum Praxisanleiter und die Weiterbildung zum Stationsleiter. Nun sind 16 Jahre vorbei und ich bin immer noch hier. Ein Team aus erfahrenen Ärztinnen, Ärzten und Pflegekräften steht Tag und Nacht für Operationen bereit. Dank regelmäßiger Fortbildung und modernster Medizintechnik operieren wir jährlich mehr als 9000 Patientinnen und Patienten. Joachim Faber hat seit vielen Jahren die organisatorische Leitung für unsere OPs und darauf können sich alle verlassen. Ich bin eigentlich angekommen, wo ich immer sein wollte. Ich kann meine Fähigkeiten einbringen. Ich habe ein starkes Team im Rücken und es gibt mir abends ein gutes Gefühl, wenn ich nach Hause gehe und sehe, wie viele Menschen wir haben helfen können durch eine Operation. Ich freue mich, wenn die Mitarbeiter abends nach Hause gehen und sagen, es war ein super Tag und das ist das, was diesen Beruf so ausmacht. Wir arbeiten mit sechs verschiedenen Nationen zusammen, aus deren Erfahrungen wir alle profitieren. Es macht unglaublichen Spaß und coole Truppe. Immer mehr Eltern bringen ihre Kinder bei uns zur Welt. Das liegt sicher nicht nur daran, dass wir eine zertifizierte, babyfreundliche Klinik sind. Wir glauben, es liegt auch daran, dass wir besonderen Wert auf die Förderung der frühen Eltern-Kind-Bindung legen und dass wir ein ehrenstarkes Hebammenteam haben. Ich bin eine der vielen Hebammen hier in LICH. Jährlich kommen hier ca. 1000 Babys zur Welt und alleine das ist das Wunder von LICH. Herzlich willkommen in unserer Klinik in LICH.